Hi und herzlich willkommen im Neuanfang-Podcast, dem Podcast für Transformation. Ich bin Sarah Heinen, zertifizierter Coach und Teacher für Authentizität und selbst seit zehn Jahren auf dem Weg, mein Leben möglichst täglich in Einklang mit meinem authentischen Selbst zu gestalten und zu genießen. Im Neuanfang-Podcast inspiriere ich dich, neugierig deinen magischen inneren Kern kennenzulernen und authentisch auszudrücken. Meine Gäste und ich zeigen dir, dass du nicht deine beste Version werden musst, sondern dass es vielmehr darum geht herauszufinden, was es für dich bedeutet, einfach du selbst zu sein und dein Leben zu genießen. Das hier ist deine Einladung zum Neuanfang, zum nächsten Schritt zurück zu dir selbst. Denn meine Vision für dich ist, dass du die Freiheit eines authentischen Lebens erfährst und damit zu einer Gesellschaft beiträgst, in der wir einander in unserem einzigartigen Selbstausdruck und unserer menschlichen Verletzlichkeit akzeptieren und unterstützen. Bist du dabei? Zu einem unfassbar dreihundertsten Mal sage ich, ich freue mich, dass du heute im Neuanfang-Podcast dabei bist. Wobei ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob es das dreihundertste Mal ist, weil erstens habe ich für manche Episoden mehr als einen Anlauf gemacht und ich weiß nicht, ob ich es von Anfang angesagt habe. Vielleicht gleicht sich das am Ende aus. So oder so ist das hier die dreihundertste Episode vom Neuanfang-Podcast. Seit mittlerweile über sechs Jahren, sechseinhalb Jahre und ein paar zerquetschte, gibt es den Neuanfang-Podcast. Und ich habe lange überlegt, was mache ich zur dreihundertsten Episode. Und ich glaube, am Ende kommt jetzt eine Mischung aus einer ganz gewöhnlichen Episode und einer Episode, die ein bisschen was Besonderes ist, raus. Ich lasse mich aber auch mit dir gemeinsam ein bisschen überraschen. Was auf jeden Fall der Fokus sein wird, ist, dass Entwicklung, persönliche Entwicklung immer in einer Spirale passiert. Was das bedeutet und wie sich das auswirkt. Und damit verbunden ein paar Learnings von mir, die ich gerade in einer Spirale lernen darf. Und das Ganze mit einer Portion Human Design dabei. Ich weiß noch nicht, wie ich all diese Fäden zusammen bekomme, aber ich werde es versuchen und ich hoffe, du hast Freude dabei. Und auch in der dreihundertsten Episode starten wir wie immer mit der Dankbarkeits Minute. Das heißt, ich lade dich ganz herzlich dazu ein, dir mit mir gemeinsam kurz ein paar Gedanken darüber zu machen, wofür du dankbar bist. Dankbar dafür, dass es schon in deinem Leben ist und dich erfüllt. Das können Menschen, Dinge oder Erlebnisse sein. Das kann seit gestern, seit letztem Jahr oder schon immer in deinem Leben sein. Oder auch noch in der Zukunft liegen. Und ich bin gerade ganz besonders dankbar dafür, wieder vor dem Mikrofon zu sitzen. Ich bin ganz ehrlich mit dir. Ich habe die Aufnahme, aber auch, weil ich nicht so genau wusste, was ich für die dreihundertste Episode machen möchte, ein bisschen hinausgezögert. Und jetzt habe ich eben gesagt, jetzt setze ich mich vor dieses Mikrofon, weil ich weiß, in dem Moment, wo ich davor sitze und anfange zu sprechen, macht es mir Spaß. So ist es die letzten sechseinhalb Jahre gewesen und so wird es hoffentlich noch lange sein. Und ja, es ist einfach genau so. Dieses Mikrofon und ich, das ist irgendwie eine Liebesbeziehung und ich bin einfach unglaublich dankbar dafür. Ja, bin dankbar dafür, dass ich eine schöne, wenn auch arbeitsreichere Sommerpause hatte als eigentlich geplant. Und damit kommen wir auch zu den News, die ich noch mit dir zu teilen habe, bevor wir richtig in die Episode starten. Ich habe nämlich in der Sommerpause an einem neuen Projekt gewerkelt, was einfach so zu mir gekommen ist, ungeplant. Die Grundidee für dieses Projekt, die habe ich schon seit ein, zwei Jahren im Kopf und ich habe auch ein paar Anläufe gemacht, die sich aber alle nicht so richtig angefühlt haben, so dass ich auch wirklich dabei geblieben bin. Und jetzt kam eine Inspiration von außen. So als Generatorin bin ich auch dafür gemacht, auf das Außen zu reagieren. Und in diesem Moment war ich Feuer und Flamme und wusste, so wird es. So mache ich es. Und seitdem bin ich dran. Ich bin auch noch mittendrin. Und wenn du mir auf den anderen Kanälen, die es sonst noch so gibt, folgst, dann hast du vielleicht auch schon davon gehört, beziehungsweise ich glaube, ich habe schon ein bisschen geteasert, dass es sich um ein Human-Design-Projekt handelt. Und werde jetzt die Katze aus dem Sack lassen. Und zwar wird es ab Mitte September, ich lege mich nicht auf ein ganz genaues Datum fest, zumindest noch nicht, aber ungefähr ab Mitte September wird es bei mir den Soul Guide to Yourself geben. Das Ganze ist im Prinzip ein schriftliches Human-Design-Reading, in dem du die wichtigsten Aspekte deines Human-Designs kennenlernst und einfach erst mal einen Einstieg in dein Chart findest. Das ist perfekt, wenn du neu im Human-Design bist und vielleicht nicht sofort in ein 1 zu 1 Reading investieren möchtest, weil der wird deutlich günstiger sein als das 1 zu 1 Reading, der Soul Guide. Und ist aber auch super, wenn du deinen Chart schon ganz gut kennst, vielleicht auch schon mal ein Reading gehabt hast und einfach ein schriftliches, ja fast schon Nachschlagewerk haben möchtest, um dich entweder in der Zusammenfassung immer wieder an deine eigene Energie zu erinnern oder um ganz konkrete Aspekte nachzuschauen und dir nochmal ins Gedächtnis zu rufen, wie war das eigentlich nochmal und was. Und das liegt mir sehr im Herzen, kann ich auch praktisch tun, um diesen Aspekt zu leben und zu verkörpern. Denn der Soul Guide wird nicht nur die Infos erhalten und das übrigens in einer verständlichen Sprache, ohne viel Human-Design-Jargon. Und er wird vor allen Dingen auch viele praktische Tipps enthalten. Tipps, mit denen du wirklich sofort anfangen kannst, dein Human-Design im Alltag auch zu leben und umzusetzen. Und als so die Grundstruktur für diesen Soul Guide stand, habe ich erst mal meinen eigenen angefertigt und habe gemerkt, obwohl ich mich viel mit mir und meinem Human-Design auch fortlaufend beschäftige, dass das nochmal so schwarz auf weiß, obwohl ich das ja selber geschrieben hatte, diese Worte einfach ein Reminder dafür sind, was mich ausmacht, was meine Energie ausmacht. Und ich werde dir im Laufe dieser Episode so ein paar winzige Ausschnitte aus meinem eigenen Soul Guide vorlesen und werde daran meine Learnings festmachen. Denn in meinem Soul Guide gibt es so einiges, was eine fortlaufende Lernaufgabe ist und wo ich gerade in den letzten ein, zwei Jahren wieder sehr, sehr viel dazulernen dürfte. Mehr dazu dann gleich. Deinen eigenen Soul Guide to yourself, der dich dabei begleitet, mit deinem Human-Design näher zu deinem authentischen Selbst zu kommen, den kannst du ab sofort zum vergünstigten Preis vorbestellen und das noch bis Mitte September 2023. Wenn der Soul Guide dann Mitte September offiziell erscheint, bist du eine der ersten Personen, die ihren personalisierten Soul Guide ins Postfach geliefert bekommt. Wenn du dir deinen bestellen möchtest, dann gehen die Shownotes zu dieser Episode, da findest du den Link oder du gibst einfach ein sarah-heinen.de-soulguide oder gehst auf meine Webseite, dann wirst du es auch nicht übersehen können. Ich freue mich, wenn ich dich mit deinem Soul Guide ein Stückchen begleiten darf. Ja, und mein eigener Soul Guide, der hat, wie gesagt, ein paar Dinge, ich will nicht sagen klar gemacht, aber auf jeden Fall ins Licht gerückt. Und das ist mir bewusst geworden, nicht nur durch den Soul Guide, sondern auch, weil ich mir die alte Vorstellungsepisode angehört habe. Es gibt die ur-ur-ursprüngliche Vorstellungsepisode, quasi die Episode 0 vom Neuanfang-Podcast, da bin ich jetzt nicht mehr zurückgegangen. Ich habe aber mal ein Update davon gemacht im März 2019 und dann habe ich mir angehört, die 200. Episode. Da hat mich meine Freundin Biene interviewt und ich habe viel über meine Learnings und eben die Arbeit mit dem Podcast erzählt. Dann habe ich mir beide hintereinander angehört und dann habe ich gedacht so, das, was du damals gesagt hast, da war schon viel Wahres dran und gleichzeitig sind da so viele Themen, mit denen du heute noch zu tun hast. Und das hat mich im ersten Moment so ein bisschen, ja, verblüfft, wenn ich ganz ehrlich bin, noch ein bisschen erschrocken. Erschrocken ist vielleicht zu viel gesagt, aber es war so, war jetzt erst mal nicht so cool. Und dann habe ich mir aber was ins Gedächtnis gerufen, was ich weiß und was ich aber eben nicht nur den Menschen, mit denen ich im Coaching arbeite, immer wieder erzähle, was ich sicher hier auch im Podcast schon erzählt habe, sondern was ich eben auch selber erlebe, dass Entwicklung in einer Spirale verläuft. Und wie du dir das vorstellen kannst, ist, wenn du eine Spirale nimmst, die wie so eine Springfeder im Prinzip ist, ja, dann gibt es ja, wenn du von oben in diese Spirale reinguckst, ganz viele Punkte, wo du auf verschiedenen Ebenen immer wieder dran vorbeikommst. Du kannst dir das auch wie eine Wendeltreppe vorstellen, ja, und an der Wendeltreppe kommst du an dem Punkt, wo sie an der Wand befestigt ist, immer wieder vorbei, aber immer auf einer anderen Ebene, auf einer anderen Höhe. Und wenn du dir jetzt noch vorstellst, dass diese Spirale, wenn du sie von der Seite anguckst, wie so ein Trichter zuläuft, dass sie halt oben sehr weit ist und dann immer enger und enger und enger und enger wird, ist es so, dass wenn du auf deine persönliche Entwicklung schaust, und so sehe ich das eben in meiner eigenen Entwicklung auch, wenn ich jetzt auf die letzten zehn Jahre zurückschaue, am Anfang, da ist irgendwie alles neu und da gibt es Themen, die das allererste Mal auftauchen und dann beschäftigt man sich damit und dann denkt man, jetzt habe ich es gelöst, jetzt kommt es nie wieder. Und dann kommt das nächste Thema oder dann macht man so einen großen Schritt wie die Kündigung der Festanstellung und dann die Selbstständigkeit und eine Reise und dann ist man mal eine Zeit lang im Ausland, so war es jedenfalls bei mir. Da passieren so ganz viele große Sachen, die auch im Außen sehr eindrucksvoll sind. Und dann bist du irgendwann auf der nächsten Ebene der Spirale angekommen und dann kommst du plötzlich an den gleichen Themen wieder vorbei und denkst so, Mist, das hatte ich doch schon gelöst, dachte ich. Wenn du das ein paar Mal gemacht hast, dann hast du verstanden, dass es nicht darum geht, die Themen zu lösen, sondern dann merkst du, dass auch wenn ein Thema wieder auftaucht, das Thema eine andere Qualität hat als beim letzten Mal. Vielleicht bemerkst du schneller, dass du deine eigenen Grenzen nicht warst oder vielleicht bemerkst du schneller, dass du dich nochmal wieder selbst aufgeopfert hast oder du merkst schneller, dass das, was du gerade als Job machst, dir keine Freude macht. Und der erste Impuls, und da kann ich mich auch nicht von frei sprechen, ist natürlich dann zu denken, oh, nicht schon wieder, ja? Oder zu denken, oh mein Gott, ich war zu blöd, ich habe es letztes Mal nicht auf die Reihe gekriegt. Und das, was ich selber versuche zu praktizieren und eben auch meinen Coaching-KundInnen weitergebe, ist, wenn du es bemerkst oder wenn du es nur Mühe schneller bemerkst als beim letzten Mal, dass das Thema gerade wiedergekommen ist, dann feier dich dafür, dass du es schneller gemerkt hast. Denn das bedeutet, dass du auf der Spirale eine Ebene weitergekommen bist. Und ich habe diese Spirale jetzt zwar von oben nach unten spitz zulaufen lassen, du kannst sie auch umdrehen, dass sie von unten nach oben spitzer zuläuft. Aber was ich selber bei mir beobachte, ist, dass die Themen schneller aufeinander folgend wiederkommen. Weil erstens werden die Themen tatsächlich irgendwann weniger. Weil so kleinere, nicht ganz so gravierende Sachen, die hat man tatsächlich vielleicht irgendwann gelöst. Und das, was dann übrig bleibt an Themen, das sind die, die man wirklich als Lebenslernaufgabe mitbekommen hat. Und es geht dann aber häufig nicht mehr darum, diese ganz großen Moves zu machen. Ja, dann zu kündigen und komplett neu anzufangen. Oder ja, so diese krassen Sachen, die auch von außen beeindruckend aussehen. Oder wo man das Gefühl hat, boah, jetzt dreht sich mein Leben um 180 Grad. Nicht, dass es diese Ereignisse nie wieder geben wird. Aber ich habe das Gefühl, dass je länger ich auf diesem Weg unterwegs bin, desto mehr geht es um kleine One-Degree-Shifts, wird im Englischen häufig gesagt. Also wo man um einen Grad seinen Kurs ändert. Und von diesen kleinen Ein-Grad-Änderungen gibt es aber ganz, ganz viele, die man im Alltag machen kann. Und die man machen darf, wenn ein schon bekanntes Thema, mit dem man sich schon häufiger auseinandergesetzt hat, wieder auftaucht. Und ich habe das Gefühl, in so einer Phase bin ich gerade. Oder ich weiß nicht, vielleicht ist es eine Phase und irgendwann kommen wieder die großen Sachen. Das Leben verläuft ja immer wieder in Zyklen. Im Moment scheint aber der Fokus nicht zu sein, in der Breite so viele Sachen wie möglich zu verändern, sondern eben mit diesen kleinen Ein-Grad-Shifts die Themen eben nicht mehr nur auf der Oberfläche, sondern eher in die Tiefe und zwar in die tiefsten Tiefen zu bearbeiten. Die Themen, mit denen ich mich gerade beschäftige und wo ich eben auch sehe, wenn ich mir diese alten Vorstellungsepisoden anhöre, dass ich zwar damals die Theorie verstanden hatte, aber noch nicht in der Verkörperung war. In dem Sinne, dass ich zwar begriffen hatte, okay, dieses und jenes darf ich in meinem Leben anschauen, dieses und jenes ist eine Lernaufgabe für mich. Und ich bin mit Sicherheit auch Schritte gegangen, um die Dinge zu verändern. Und gleichzeitig bewege ich mich im Moment so viel mehr in die Tiefe. Und damit sehen die Sachen nach außen nicht mehr so beeindruckend aus. Und dann gibt es hier nicht mehr wie früher auf dem Podcast alle paar Monate ein Live-Update, weil irgendwas Krasses, Berichtenswertes passiert ist, sondern es sind sehr, sehr viele Shifts, die in meinem Inneren passieren und die, wie gesagt, eher in die Tiefe gehen und deshalb vielleicht auf der Oberfläche im Moment nicht sichtbar sind. Und gleichzeitig weiß ich und vertraue ich darauf, dass durch diese kleinen inneren Veränderungen, diese ein Grad, die ich jetzt anders meinen Weg gehe, irgendwann auch im Außen wieder sich etwas verändern wird, was sich nicht verändert hätte, wenn ich diese ein Grad Veränderung nicht gemacht hätte. Denn wenn du dir ein Flugzeug vorstellst, das seinen Kurs im Hier und Jetzt um ein Grad ändert und dann lässt du das Flugzeug weiterfliegen, dann sieht das im ersten Moment nicht nach viel Kursänderung aus. Wenn dieses Flugzeug jetzt aber Tausende von Kilometern fliegt, dann geht der Winkel, dieser ein Grad Winkel immer weiter auseinander, immer weiter auseinander und dann landet das Flugzeug am Ende an einem völlig anderen Ort, als es da gelandet wäre, wenn es den Kurs nicht geändert hätte. Und das ist es, was ich gefühlt gerade mache. Und ich glaube, das war auch ein Grund, warum ich so ein bisschen gezögert habe, diese Episode aufzunehmen. Denn zuerst habe ich gedacht, ich mache so eine Episode Reintroducing Me, Sarah. Also einfach quasi nochmal ein Update der Vorstellungsepisode. Und dann habe ich gesagt, ich würde, glaube ich, nicht so viel anderes erzählen, als das, was ich in der letzten Vorstellungsepisode erzählt hätte. Einfach weil eben an der Oberfläche nicht so krass viel passiert ist, aber eben in der Tiefe eine Menge. Und diese Dinge, die in der Tiefe passieren, die teile ich ja immer wieder auch im Podcast hier mit dir, aber eben eingestreut in die Episoden und nicht so in einer Episode, wo so übrigens mein Leben sieht jetzt komplett anders aus, als noch vor einem Jahr oder vor zwei Jahren. Und das tut es nämlich nach außen gesehen nicht. Aber innen, da tut sich eine Menge. Und gleichzeitig merke ich, dass ich häufig auch ungeduldig bin, weil ich mir wünsche, es würde schneller gehen, die innere Veränderung und auch die äußere Veränderung. Und vielleicht kommt dir das ja auch bekannt vor. Und als ich dann mir das Interview angehört habe, was die Biene mit mir geführt hat, als ich eben ihre Fragen beantwortet habe, beziehungsweise auch Fragen aus der Community in der Episode 200, habe ich gemerkt, okay, der krasseste Shift im Außen sozusagen, der in dieser Zeit seitdem, das ist im Januar 21 gewesen, also es ist jetzt zweieinhalb Jahre her, der krasseste Shift, der im Außen passiert ist, ist, dass Human Design eine viel, viel größere Rolle spielt. Für mich persönlich, aber vor allen Dingen natürlich auch in meiner Arbeit. Denn im Januar 21, da stand ich kurz davor, meine Human Design Ausbildung zu machen. Ich glaube, die hat Ende Januar angefangen. Und ich habe damals schon so ein bisschen über Human Design geredet, hatte schon ein, zwei Podcast Episoden dazu aufgenommen. Aber es war definitiv noch nicht so präsent wie heute. Und jetzt, und da kam jetzt der Soul Guide eben ins Spiel, habe ich dann, als ich meinen eigenen Soul Guide nochmal durchgelesen habe und das so zusammengebracht habe in meinem Kopf mit den vergangenen Vorstellungsepisoden, gemerkt, okay, es gibt da einfach ein paar Learnings und die möchte ich jetzt gerne mit dir teilen. Erstens, um dir ein Gefühl dafür zu geben, was ich meine, wenn ich sage, dass Entwicklung in der Spirale funktioniert und dass ich im Moment eher diese Ein-Grad-Shifts mache. Zweitens, um dir einen kleinen Einblick in den Soul Guide zu geben. Denn ich werde dir so ein paar Zitate aus meinem Soul Guide vorlesen und dann kriegst du vielleicht so einen Mini-Einblick, ein Mini-Gefühl dafür, wie auch vielleicht die Sprache des Soul Guides ist und ob das was für dich sein könnte. Und schlussendlich ist es eigentlich immer so, dass wenn ich persönliche Learnings teile, es sich hinterher mindestens eine Person meldet, die sagt, oh mein Gott, es war genau das, was ich jetzt gerade hören musste. Und insofern vertraue ich darauf, dass es auch bei diesen Learnings, die ich heute mit dir teile, mindestens eine Person da draußen gibt und vielleicht bist du das ja, die genau das jetzt gerade hören soll. Das erste Learning bezieht sich auf folgende Worte aus meinem Soul Guide. Sarah, du bist dazu geschaffen, eine natürliche, kreative Macherin zu sein und andere mit deiner Lebensfreude anzustecken. Ein Zeichen, dass du in Einklang mit deiner Energie lebst, ist das Gefühl von Zufriedenheit und Erfüllung. Deinen Kurs korrigieren darfst du, wenn du frustriert bist. Ja, ich war in den letzten Monaten deutlich häufiger frustriert, als ich es mir selber eingestehen wollte. Und für mich ist mein größtes Lernfeld seit einigen Jahren mein Business. Viele von den Themen, mit denen ich mich innerhalb des Business beschäftige, das sind persönliche Themen, da geht es nicht um strategische oder Wissen oder Know-how in Sachen Business, sondern wenn du dich selbstständig machst und vor allen Dingen, wenn du dich selbstständig machst mit etwas, wo so viel von dir drin ist, also mit, sagen wir mal, mit deinem Personal Brand, ja, dann wirst du sehr schnell mit sehr vielen Themen konfrontiert, die du in deinem Leben lernen darfst. Deshalb sage ich auch immer, Business ist Persönlichkeitsentwicklung auf Steroiden. Und im Business hatte ich immer wieder in den letzten, gerade in dem letzten Jahr, Punkte, wo ich frustriert war, die ich aber übergangen habe, bevor ich die Augen verschlossen habe und mir fallen viele kleine Momente ein, wo ich weggeschaut habe, wo ich auch gemerkt habe, dass ich weggeschaut habe und trotzdem habe ich nicht eingegriffen. Weil ich immer gedacht habe, ja, ich halte das irgendwie durch oder, ja, ich muss jetzt irgendwie noch eine Weile diszipliniert sein und dann wird alles besser. Ich habe auf Dinge verzichtet, die ich mir gerne gegönnt hätte, das nicht immer materiell ist, manchmal ja. Ich habe einfach weiter, weiter geackert, so. Und das auf eine Art und Weise, wo mir peu à peu die Freude abhandengekommen ist. Und das, obwohl eigentlich im Kern, ja, die Arbeit mit meinen Coaching-KundInnen, die Human Design Readings, die Kurse, das macht mir alles weiterhin Spaß. Aber ich habe an vielen Stellen auf eine Art und Weise gearbeitet und das habe ich hier auch schon in der vergangenen Episode zumindest ansatzweise geteilt. Ich habe auf eine Art und Weise gearbeitet, wo ich eben nicht meine eigene Freude priorisiert habe und damit eben meinen, mein Lebensfeuer, das, was mich eigentlich anziehend macht, das, was Menschen hier im Podcast, ja, eine Stunde dran hält, das habe ich an der einen oder anderen Stelle selber mit meinem Verhalten gedimmt. Und das ist etwas, was ich gerade in immer tieferen Schichten verstehe. Und da war nicht nur mein eigener Soulguide super hilfreich, sondern auch ein grandioses Astro-Reading, was ich im Juli gehabt habe und ich freue mich riesig, dass der Maximilian, mit dem ich das hatte, auch als Gast in den Podcast kommen wird, irgendwann in den nächsten Wochen. Und ja, freue ich mich total drauf. Das war grandios. Und dann habe ich, das habe ich auch noch nicht erzählt, glaube ich, ich habe eine Therapie begonnen, und zwar eine Somatic Experiencing Therapie, wenn wir von Tiefe sprechen, und habe mit der Therapeutin, zu der ich eigentlich hingegangen bin, um mich mit dem Verhältnis zu meiner Gesundheit und zu meinem Körper zu beschäftigen und alte Themen aufzuarbeiten, in diesem Zusammenhang, habe ich mit der plötzlich über mein Business gesprochen. Und ein Thema, über das wir gesprochen haben, war, dass der Reconnect-Kurs, der jetzt gerade angefangen hat, Reconnect to Yourself, der Live-Kurs, dass der mit einer sehr kleinen Gruppe stattfindet. Und ich frustriert war, weil ich dachte, es müssten mehr Menschen sein. Und dann habe ich zusammen mit der Therapeutin herausgefunden, Ja, aber wenn ich jetzt, keine Ahnung, 20, 30, 40 Personen in dem Kurs gehabt hätte, dann hätte mein Kopf das zwar geil gefunden, aber mein Körper, nee, der wollte das nicht. Dem war das zu aufregend, dem war das zu viel Stress. Mein Körper war happy mit dem Ergebnis, so wie es jetzt ist. Nur mein Kopf, der, der war nicht zufrieden, weil der andere Erwartungen, andere Ansprüche hatte. Und dass am Ende immer unser Körper gewinnt, das ist etwas, was mir dadurch nochmal klar geworden ist. Und in der Summe, ja, mit diesen vielen kleinen Erkenntnissen, die ich gerade in Schicht um Schicht gewinne, die, wenn ich mein Leben von außen betrachten würde, wahrscheinlich sehr offensichtlich wären, ja, also wenn ich, wenn mein Leben das Leben eines Coaching-Kunden, einer Coaching-Kundin wäre, ich würde diese Dinge sehen. Aber für mich selbst habe ich da Blindspots. Und deshalb ist Coaching so wertvoll und deshalb ist Therapie so wertvoll, weil jemand anders auf dein Leben drauf guckt. Und ja, diese Unterstützung habe ich mir eben auch gerade wieder an die Seite geholt, weil ich gemerkt habe, dass ich in einigen Dingen nicht weiterkomme. Und ja, diese vielen kleinen Erkenntnisse in den Schichten machen mir einfach nochmal klar, wie viel mehr ich meinem Körper folgen darf. Und das gilt eben in beide Richtungen. Das gilt, wenn mein Körper Ruhe und Entspannung haben möchte und deshalb via Unterbewusstsein dafür sorgt, dass ich eine kleine Kursgruppe habe. Und das gilt genauso für die Lebensfreude. Nur wenn ich die körperliche Lebensfreude und Vitalität wirklich spüre, dann werden die Dinge auch funktionieren. Solange ich frustriert bin, passiert nicht viel. Und trotz alledem, was ich anderen Menschen gebe und wie viel Freude mir das macht, anderen Menschen im Podcast, im Coaching, in Kursen etwas zu geben, ich darf wieder mehr auf mich selbst achten. Und ein Satz, den der Maximilian im Astro-Reading gesagt hat, war, leb für dich. Und das steht jetzt in großen Buchstaben bei mir an der Wand, also auf dem Zettel an der Wand. und das ist mein täglicher Reminder, leb für dich. Und wenn ich für mich lebe, dann profitieren alle anderen drumherum auch. Und das ist es, woran mich auch mein Soulguide wieder erinnert hat. Weil als Generatorin bin ich dafür da, Feuer und Lebensfreude und Leidenschaft in mir zu kultivieren, weil davon die Welt profitiert. Das zweite Learning zum Thema Magnetismus und das hängt eng auch mit diesem ersten Learning zusammen. Und der Satz aus meinem Soulguide, der dieses Learning beschreibt, ist, du interagierst am besten mit der Welt, indem du deinem Magnetismus vertraust und die Dinge auf dich zukommen lässt Ja, warten und reagieren habe ich nicht so viel gemacht in den letzten ein, zwei Jahren. Ich habe sehr viel initiiert. Und den krassen Gegensatz merke ich jetzt mit dem Soulguide, weil, wie gesagt, die Idee schon seit ein, zwei Jahren da war und ich die Anläufe, die mich nicht zufriedengestellt haben, wieder in die Schublade gesteckt habe. Und jetzt, wo ein Impuls von außen kam, den ich nicht initiiert habe, der einfach zu mir kam, auf den ich mit Feuer und Flamme reagiert habe, seitdem läuft das Projekt auch. Seitdem habe ich unglaubliche Freude daran, seitdem kann ich es kaum erwarten, dir davon zu erzählen und ja, kann ich es kaum erwarten, für ganz viele tolle Menschen diese Soulguides zusammenzustellen. Und den Kontrast habe ich auch gemerkt, als ich letztes Jahr den Reconnect-Kurs zum ersten Mal gelauncht habe. Es war neu, es war aufregend, ich war absolut voller Freude und es war genau das, was ich gerade machen wollte und es kam, ich weiß nicht mehr, was es war, aber es kam durch einen Impuls von außen. Und einiges anderes, was dazwischen gelaufen ist, war, weil ich dachte, dass es sinnvoll ist, weil es, ja, weil es irgendwie geschäftlich gesehen schlau wäre, das zu machen oder ich das Gefühl hatte, ich muss es machen, aber es war einfach nie meine hundertprozentige Freude dahinter. Und wie gerade schon beim ersten Learning zur Lebensfreude gesagt, wenn ich frustriert bin, dann läuft das nicht mit dem Magnetismus, dann läuft auch das Business nicht. Und das kannst du natürlich auf alle anderen Sachen auch übertragen, wobei das natürlich von deinem Soulguide abhängig ist, es muss nicht exakt so sein wie bei mir. Und doch ist das Grundprinzip dahinter für uns alle relevant, nämlich die Energie, die wir, mit der wir etwas angehen, die Intention, die Absicht, aber eben auch, ne, das Maß an Begeisterung, Freude, ja, wie auch immer du es für dich beschreiben möchtest, dass du in eine Sache reinlegst, diese Energie, die ist so, so, so viel wichtiger, als wir uns oder als ich mir in der Vergangenheit erlaubt habe, zu glauben. Natürlich kenne ich auch hier die Theorie. Und gleichzeitig hat mein Kopf immer wieder gedacht, er könnte dieses universelle Prinzip bescheißen. Und gedacht, ja, so ein bisschen initiieren, damit komme ich doch irgendwie durch. Und manchmal war das eine bewusste Entscheidung und ganz häufig war es natürlich keine bewusste Entscheidung. Das heißt, auch hier darf ich gerade wieder viel mehr oder noch mehr in der Tiefe lernen, dass die Energie, die hinter einem Projekt steckt, dass die Energie, die hinter der Beziehung zu einem Menschen steckt, dass die Energie, mit der du in die Welt rausgehst, dass das so, einen so viel größeren Einfluss auf das Ergebnis hat, als wir sehen können und als wir vielleicht manchmal auch glauben können. Einfach weil diese unsichtbare Energie, jedenfalls für die meisten Menschen unsichtbar, für mich jedenfalls unsichtbar, es soll Menschen geben, die sie sehen können, dass diese unsichtbare Energie immer am Werk ist. Und weil sie aber eben unsichtbar ist, glaubt unser rationaler Verstand, der konditioniert ist von einem gewissen Weltbild, dass das nicht so entscheidend ist und dass wir das irgendwie betuppen könnten. Funktioniert nicht, kann ich dir sagen. Und das hängt dann eben auch wieder mit dem eigenen Körper zusammen. Der Körper wird immer gewinnen. Dein Unterbewusstsein, was dein Körper sozusagen nutzt, um die Dinge in deinem Leben zu kreieren, die du am Ende als Ergebnis siehst, das meine ich, das ist diese Energie. Und das heißt, du darfst so sehr darauf schauen, was sind meine bewussten und was sind aber auch meine unbewussten Gedanken. Und das ist das Schwierige. Wir müssen erst die unbewussten Gedanken bewusst machen, damit wir merken, was für eine Energie dahinter steckt, beziehungsweise wir dürfen eben auf unseren Körper hören. Und wenn wir mit unserem Körper verbunden sind und merken, da ist Erschöpfung und ich gehe mit der Energie von Erschöpfung in ein Projekt rein, dann kann das ja nichts werden. Also Energie ist so viel wichtiger und in meinem Fall halt, was auch den Magnetismus angeht, meine Energie bestimmt, wie hoch mein Magnetismus ist und wenn meine Energie nicht da ist, dann ist da ja nichts magnetisch. Kommen wir zum dritten Learning und zwar geht es um Emotionen. Der Satz aus meinem Soulguide Du hast das Potenzial, die ganze Bandbreite deiner Emotionen zu fühlen. Im Laufe deiner Entwicklung darfst du lernen, dass alle Gefühle da sein dürfen und du nicht jeden Tag gute Laune haben musst. Ja, das ist so geil, ich glaube ich nach jedem Satz hier ja. Das ist etwas, was ich gerade in der Therapie lernen darf. Ich dachte immer, ich bin ganz gut mit meinen Emotionen verbunden. Gerade in den letzten Monaten eben mit der steigenden Frustration, von der ich eben gesprochen habe und auch mit, wenn du den Podcast länger oder auch in der letzten Zeit häufiger gehört hast, dann hast du das auch mitbekommen. Ich habe schon lange mit Migräne zu tun, aber in den letzten Monaten war es sehr, sehr intensiv. Also speziell April, Mai. Ich bin jetzt wieder deutlich besser aufgestellt, aber durch diese körperlichen Schmerzen habe ich mich noch stärker von meinem Körper und damit eben auch von meinen Emotionen Emotionen dissoziiert. Ich wollte einfach nicht mehr fühlen, weil ich die Schmerzen nicht fühlen wollte, also die physischen Schmerzen. Und dann habe ich in dem Astro Reading mit Maximilian auch noch gelernt, dass ich einen Aspekt in meinem astrologischen Chart habe, der quasi prädestiniert dafür ist, sich von den eigenen Emotionen zu distanzieren und zu dissoziieren und habe dann erkennen müssen, dass das gerade in den letzten Monaten oder in den letzten ein, zwei Jahren der Fall war und merke jetzt gerade aber auch in der Therapie, dass das, glaube ich, noch sehr viel tiefer geht, als mir gerade im Moment bewusst ist und dass es einfach ein, zwei Erlebnisse gab in meinem Leben, auch schon im Erwachsenen Leben, die mich emotional an die Grenzen gebracht haben, und also in die Grenzen des Aushaltbaren und ich danach zumindest ein Stück weit mich von den Emotionen distanziert habe, einfach weil es zu schmerzhaft war, sie zu fühlen und es ist sehr ja, es ist schwer das zuzugeben, einfach weil ich ganz vielen Menschen, die genauso wie ich in ihrem Human Design Chart das Emotionszentrum definiert haben und auch meinen Coaching KundInnen immer wieder gesagt habe, wie wichtig es ist, die eigenen Emotionen zu fühlen und ich dachte, ich mache das selber, ich, also, ja, wie gesagt, in den letzten Monaten hätte mich jemand gefragt, dann wäre ich vielleicht auch schnell darauf gekommen, dass ich es nicht so sehr getan habe oder nicht so sehr in Verbindung mit meinen Emotionen war, aber hättest du mich vor einem Jahr gefragt, dann hätte ich dir gesagt, na klar, bin ich in Kontakt mit meinen Emotionen und ich erkenne eben gerade, dass ich da nicht die ganze Geschichte gesehen habe oder dass ich eben nicht in der Tiefe gesehen habe, wie weit das geht, dass ich eben nicht fühle oder nicht zulasse zu fühlen. Das heißt, das ist etwas, was ich mir gerade wieder erarbeite und was ich jetzt, wo ich jetzt schon weiß, wie viel reicher das meine Arbeit machen wird, weil ich es eben nicht nur aus dem Kopf erzähle, sondern weil ich es wieder selber verkörpern werde. Und das Lustige war, wir sind beide gleichzeitig auf die Idee gekommen und meine Therapeutin meinte, ach, wie gut, dass du gerade nur so eine kleine Gruppe im Reconnect Kurs hast, dann kannst du den ja selber mitmachen. Oder geht es unter anderem um Emotionen? Ja, touché, würde ich sagen. Und ich kann dir jetzt gerade nicht die Wunderlösung für dieses Learning oder den endgültigen Ausgang davon präsentieren, sondern bin da selber komplett wieder mal auf dem Weg und gleichzeitig vielleicht ist es einfach ein Gedankenanstoß für dich mal zu schauen, wie sehr du in Kontakt mit deinen Emotionen bist, wie sehr du zulässt, Egal wie sich die Gefühle anfühlen, ob die angenehm oder unangenehm sind, wie sehr du dir erlaubst, sie zu fühlen. Learning Nummer 4 und der dazugehörige Satz aus meinem Soulguide Du hast das Potenzial, in tiefe Entspannung zu kommen und die Dinge mit Ruhe anzugehen. Im Laufe deiner Entwicklung darfst du lernen, dass du dich nicht von außen unter Druck setzen lassen musst. Und auch hier ich dachte, ich kann Entspannung. Ich dachte, ich kann Ruhe. Es gibt viel Zeit in meinem Alltag, das habe ich mir so erarbeitet und erschaffen, wo ich für mich bin. Wenn ich spazieren gehe oder wenn ich mir mitten am Tag 20 Minuten Zeit nehme, um bei mir zu sein, einfach die Augen zu schließen und Ruhe zu haben, wenn ich morgens meditiere, meinen Sport mache. Ich habe sehr viel mehr Zeit für mich selber in meinem Alltag als die meisten Menschen. Und doch dürfte ich mit Hilfe der Therapeutin, die Geschichte habe ich in der Episode 297 am Anfang schon erzählt, dürfte auch durch das allererste kennenlernen mit der Therapeutin. Ihr wusstet damals noch nicht, dass es eine Therapeutin gedacht, habe ich erzählt oder habe ich erkannt, dass die Qualität der Ruhe, die ich mir gebe, nicht immer die Tiefe hat, die sie haben könnte und gleichzeitig ich viel von der Ruhe auch wieder in Anführungsstrichen zunichte mache, indem ich den Rest der Zeit so voll wie möglich packe. Das ist auch irgendwie selbst verarsche. Ruhe gönnen und dann um Vollgas geben zu können. Das ist nicht der Sinn der Sache. Und was ich meine mit vollgepackt ist nicht zwingend Termine, Arbeit und so weiter, sondern ganz häufig sind es Dinge, die ich in mich reinlasse, Dinge, die ich konsumiere. Instagram, Podcasts, wie viele Stunden Podcasts pro Woche ich gehört habe. Diesen Konsum habe ich drastisch reduziert. Das sind super wertvolle Inhalte, die finde ich auch alle total interessant, aber wenn ich die Stunden Podcasts pro Woche und dann hier noch ein Webinar und da noch ein Kurs, das alles immer in mein Gehirn reinpacke, dann kann ich mir zwischendurch so viele Auszeiten nehmen, wie ich möchte. Trotzdem ist mein System überlastet. Und das ist etwas, wo ich gerade wieder die Grundidee schon lange kenne und schon lange praktiziere, aber wo ich gerade in die Tiefe gehe und einerseits eben schaue, dass ich die Qualität der Ruhezeiten, der Phasen, wo ich nur mit mir bin, dass ich die Qualität so hoch wie möglich gestalte und gleichzeitig in der Zeit dazwischen nicht unglaublich viel reinpacke, sondern auch da zusehe, dass ich minimalistischer werde. Und das ist natürlich ein Balanceakt. Vor allen Dingen, wenn man in die Sommerpause geht und dann denkt, man arbeitet ein bisschen weniger und dann kommt da so ein Soulguide-Projekt um die Ecke. Mancher muss ich wirklich über mich selber lachen. Aber dafür gibt es andere Stellschrauben, wie gesagt, zum Beispiel meinen Podcast-Konsum. Und es macht für mich einen Riesenunterschied, ob ich etwas kreiere oder ob ich etwas konsumiere. Und kreieren gibt mir Energie, konsumieren in Grenzen manchmal auch, aber da macht definitiv die Dosis das Gift. Ich freue mich jetzt jedenfalls, dass der Soulguide in den Startlöchern steht. Ich brauche noch ein bisschen, um alles soweit vorzubereiten, dass du ihn wirklich in deinem Postfach haben kannst. Aber wie gesagt, vorbestellen kannst du ihn dir jetzt schon. Mein Herz steckt zu 150 Prozent da drin. Ich habe so eine Lust auf dieses Projekt. Ich habe da jetzt schon so viel Arbeit reingesteckt, aber es ermüdet mich nicht. Es erfreut mich einfach immer wieder. Und ja, zeigt mir einfach, wie kraftvoll es ist, mit seinem eigenen Human Design zu arbeiten und nach seinem eigenen Human Design zu leben. Denn dieses Projekt ist quasi bilderbuchmäßig entsprechend meinem persönlichen Human Design zu mir gekommen. Und das ist mir auch eben durch den Soulguide nochmal so richtig, richtig bewusst geworden. Und ich hoffe einfach, dass in deinem Soulguide Dinge drin sind, die dir ähnliche Erkenntnisse bescheren, die dir helfen, egal ob es jetzt um Business geht, ob es um deine Partnerschaft geht, ob es um deinen Job geht, ob es um deine Freizeitgestaltung geht oder oder oder. dass dir dein Soulguide hilft, da zu einem Weg, das damit Lebens und des Handelns und des Darüber Denkens verhilft, deinem wahren Selbst, deinem authentischen Selbst entspricht, weil die Dinge dann einfacher werden. Hätte ich dieses Soulguide Projekt als das erste Mal in mein Leben kam, die erste Idee kam und die ersten Anläufe gemacht, habe ich das versucht hätte durchzuziehen, durchzuprügeln, die Kraft dazu habe ich, aber es wäre nicht leicht gewesen, es hätte keine Freude gemacht, ja es ist immer noch viel Arbeit, aber es fühlt sich nicht wie Arbeit an, jetzt gerade, wo ich entsprechend meines Human Designs in dieses Projekt reingegangen bin. Also vielleicht hat dir dieses Beispiel und auch die Learnings eine Idee davon gegeben, wie kraftvoll Human Design sein kann, wenn man es tatsächlich lebt. Und gleichzeitig ist es einfach ein Prozess, wo es immer wieder darum geht, sich zu entscheiden und da ist der Soulguide einfach ein geiler Reminder. Und jetzt höre ich auf, vom Soulguide zu schwärmen, bestell dir deinen einfach vor, dann kannst du es selber erleben und das war jetzt eine 300. Episode, die vielleicht nicht mit Fanfaren dahergekommen ist, aber einfach ein ehrlicher Check-in, wie es ihn mit mir hier im Podcast immer mal wieder gibt, mal mehr, mal weniger offiziell und lang und ausführlich und mal nur an kleinen Punkten und ich hoffe einfach, dass du was für dich mitgenommen hast. Wenn du den Podcast gerne hörst, vielleicht auch schon sehr lange hörst und immer wieder hörst und du sagst, ey, ganz ehrlich, Human Design interessiert mich nicht so wirklich, der Soulguide interessiert mich nicht so wirklich, wobei ist die Frage, ob du dann bis jetzt noch zuhörst, dann kannst du den Podcast auch auf Steady unterstützen, indem du mir da einen Chai Latte, einen Falafel oder einen extra langen Spaziergang ausgibst. Den Link dazu werde ich dir auch in die Shownotes packen und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns über das, was ich hier alles erzählt habe, austauschen. Das geht am besten, indem du auf YouTube unter dem Video oder über Spotify einen Kommentar hinterlässt. Kannst du bei Spotify nämlich inzwischen auch. Oder indem du mir eine Mail schickst oder du kommst in den Telegram Kanal, wo wir uns zu dieser Episode gerne persönlich austauschen können. Alle Links dazu findest du in den Shownotes und die gibt es unter sarah-heinen.de slash Episode 300. Crazy, 300 Episoden. Auf die nächsten 300. Ich danke dir von Herzen für dein Zuhören und deine Zeit und freue mich, wenn du auch in der nächsten Episode wieder dabei bist. Wenn du dich jetzt vom Neuanfang-Podcast inspiriert fühlst, nutz das Momentum und geh los ins authentische Leben. Und wenn du dich fragst, was dein nächster Schritt hin zu dir selbst sein könnte, mit dem Step into Self Quiz auf meiner Webseite findest du es in wenigen Minuten heraus. Das gibt es unter sarah-heinen.de slash quiz und Sarah ohne H geschrieben. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag und sei du selbst. Und dann du Vielen Dank.